Naja, keine Ahnung mehr. Ich glaub aber... Ah ne, da hinten ist irgendwas anderes. Hat der nicht gerade gesagt, der wartet? Leicht knapp. Nein. So. Da kann ich runter. Dann hier drauf. Ähm. 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 Hör auf, irgendwas zur Explosion zu bringen. Na toll, jetzt sind da auch noch so Hüpfendinger. So. Das ist ja gut. Komm her. Geh wieder weg. Darf ich hier durch? So. Einen noch. Und dann ist Schluss. Ne. So. Hm. Okay. Okay. Ja. Traschenlampe an. Der Strahl. Hä? Ach so, das Bild an der Wand. Ich hab's grad gedacht. So, was hat denn der jetzt gefunden? Schon wieder. Hm. Kann ich da das Regal kaputt machen? Ich glaube nicht. Wie komm ich denn da drüber? Ohne die Kacke da auszulösen. Ups. Hm. Hör wieder an hier. Oh, scheiße. Äh. Na gut. Von vorne. Ah, so geht's auch. Naja. Explosion. Kavum. Es kommt also wirklich eine Schussanlage. Es explodiert zum Glück nix. Aber dort bin ich trotzdem. Ähm. So. Ich hab keine Ahnung. Ist hier irgendwie ne Kiste oder was weiß ich. was ich nehmen kann. Äh. Mhm. Ich sehe nix. Verwertbares. Hoppla. Hm. Schade. Kann ich diese Hopsa irgendwie nehmen und da rüberwerfen oder so? Da ist ein Knopf. Um den ganzen Käs auszuschalten. Achso. Das ist, äh, äh, der Wachturm. Wie war'n das noch mal? Schwer ist es nicht. Schwer ist es nicht. Ich hab' ja hier auch noch so'n Ding zum draufstehen. Kann ich da vielleicht... hm. Jo, Barney, sag mal, wie geht's hier weiter? Wo? so. Nein. So. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hm. Mh, hm. Ui. Warte. Komm' ich da vielleicht rüber? Haha. Aha. So. Scheiße Laser hier. Menno Immerhin gibt es Lebensenergie So Kommt da direkt an Geschisse, weißt du So, er hat die Arbeit erledigt, jetzt kann ich wieder herkommen Ähm Was nehme ich denn Oh, da habe ich nur noch 6 Schuss Ja, schön Wer bist du? Hilfe Was war das? Sind da wieder Truppen gelandet Das war's, erledigt Das war's, erledigt Schieß die mal Ja, ich unterstütze So, beinahe weniger Ne, was hat der geschmissen? Ich habe nicht mehr viel Lebensenergie So, wie kommen da noch? Aha, zu kurz geworfen Scheiße, ich habe noch keine mehr Oh, oh Gibt es hier noch Lebensenergie? Nö Naja, schieß du mal weiter Wow Ups Verschwendung Missionskritischen Materials Das war's, erledigt Das erledigt auch den Unterdrücker auf dem Dach Kriegst du ja auch aufs Dach jetzt, Gordon Geh weg Schmeißen hier Granaten, tut der Unterstücke, Gordon So Toll, noch schneller Aha Komm schon Nicht rumschreien Überlebt, Kerle Ich tue es auch mit elf Lebenspunkten 40, 40 war's Das ging ihm voll auf die Eier Hoppla Jetzt sind plötzlich noch Komm schon Sterbt Mit sechs Lebenspunkten Dann sagt mir das doch Ja, Moment Ich gucke, ob hier nochmal Lebensenergie am Start ist Scheiße Hä? Fühlt die sich langsam auf, wenn ich hier im roten Bereich bin? Was sagt denn da für ein Quatsch? Geh doch weg, du Depp Moment Ich hab hier Bisschen was zu tun Idiot Erstmal hier Energie Läuft da voll in das Ding rein Ja, ja, Hopp, Hopp Mach das Ding gleich, wenn du da zu nah dran laufst Hier auf dem Gegner Ah, da Hier auf dem Gegner Idiot, Mann Ja, ja Halt doch mal die Schnauze So Cool, Raketen Ich glaube, das heißt nichts Gutes Boah, leck hab ich mich jetzt erschreckt, ey Kommen wieder die Blockaden Geh auf und bring die Brücke rüber Wir brauchen nach Möglichkeit Verstärkung von überall her Wenn noch mehr Brücke durchkommen, schicke sie zu dir rauf Ja, alles klar Da ist nix Hä? Ach, Mann So ein Quatsch Kommt, bestimmt gleich runtergerollt die Granate Hä? Sag mal, was sind das denn dumme Granaten, hey? Toll Okay, so geht's auch Mann, lauf doch weiter Und schießt sie ab, wenn ihr sie sehen könnt Schießen sie da Auf die Treppe Geh weg Mann, ey War ja klar Da wollen sie das mal vorauslaufen Und dann dabbt er die ganze Zeit da so blöd vor ihm rum Ja, 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 ok Macht ihr mal Scheiße So Zwei hab ich Na los Stirb Okay Ja, hab ich doch grad Das geht bei dir nach Okay, da ist noch ein Strider-Fiech Moment Lieber nicht mit der Dings rumlaufen Ich ziehe eigentlich alle gekillt Oh, ist er gar nicht so tief Boah Das hat doch was Wo ist er? Na, scheiße Hey no Er hat meinen Trick durchschaut Komm, aber nicht weiter Ey, der hat meinen Sunny gekillt Der blöde Penner Ganz genau Nein Nein Triffst du mich Doch, triffst du Scheiße Ich muss Munition holen Jawoll, getroffen Jawoll, getroffen Mist Nicht getroffen So Jetzt ist er abgelenkt Ah Krieg dich nochmal Schon egal Sehr gut Jetzt muss ich nur noch das Ding da unten irgendwie killen Damit da Leute durchkommen Kann ich das mit dem Was auch immer Teil da Abknallen Achso Erstmal wieder Anzug Energie auffüllen Die hat man ja so selten Wie zu geier Komm ich da dran Da soll ich so ein Dödel Ich raff's nicht Oh, halt die Schnauze Muss ich warten bis die angelatscht kommen und hier die Tür aufmachen oder was Das ist ja so Achso, der da oben Scheiße, blöde ist, du da nicht wegkommst, gell? So, kann ich das Ding jetzt hier benutzen? Und diesen Strider-Gedönsel da unten platt machen damit? Hä? Wer bist du? Ey Manu, lass mich das Ding benutzen. So. Habe ich doch. So, muss ich das Ding jetzt hier nicht irgendwie kaputt machen? Geht weg, ihr Vollidioten! Hm, sehr komisch. Was geht da ab? Wo ist die Rauchwolke? Wo ist denn der komische Dinger? Ist schon wieder irgendeiner gestorben? Ich muss jetzt auf den Knopf drücken, dass die hier weg bleiben oder was? So. Ja, jetzt kommen noch mal 50. So. Idiot. So. Wollt ihr mich verarschen? So. Bitteschön. So, war's das jetzt? Alter, leg mich doch. Ups, das war zu kurz. Keks hier. Piss dich! So mal. War das schon immer so blöd da? Geh weg! Ich will da rein. So, hat sich's jetzt endlich mit diesen Dillen da. Okay. Ja, sieht so aus, als ob ich da runter müsste. Und, äh... Hm, toll. Daten laden. Äh, ich meine eigentlich, dass ich da runter müsste und den Strider kaputt machen. Habe ich das Ding hier nachgeladen? Ja. Sehr gut. Moment. Oh, dann habe ich den Revolver dann leer geschossen. Das sehe ich nicht gut. Da ist noch eine Tür. Durch die ich alle nicht durchkomme. Dr. Freeman, seit der Unterdrücker abgeschaltet und das Tor offen ist, können wir hier Leute durchbringen. Die Combine werden das spüren. Wir haben auf dem Platz eine Kiste Raketen verloren. Wenn du es dorthin schaffst, hast du alles, was du gegen dieser Strider brauchst. Dann mal los! Ähm... Du hast doch selber eine Panzer forscht. Vor allem habe ich gesehen, wie ihr Leute da durchbringen könnt. Ich komme mit! Ähm... Okay. Wir sind wieder zu fünft. Äh, geh doch aus dem Weg. Ich bin wieder zu fünft. Sie uns nicht sicher, weil die Gelle ist zu fünft und steigern.